Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit wieder auf der Map Icebreak Mit dem YouTube und dem C-Plays Den ich richtig abgefrankt habe Und schaut auf jeden Fall beim Video vorbei, Link ist auch in meiner Beschreibung Und Leute, ich kann endlich wieder Minecraft spielen Ich konnte jetzt saulange, äh ok, einen Tag lang keinen Minecraft-Bus spielen Weil es übrigens, ähm, geregelt, mach ich die Big Ocean-Taktik Ey, soll ich dir mal erzählen? Du kennst ja so bei Special Splawn, du weißt ja, dass es ab 12 ist, ne? Ja Man denkt ja eigentlich, es wäre wegen der Gewalt ab 12 oder was Es ist nicht wegen der Gewalt ab 12, es ist ab 12 Nein, kennst du Serious Samus? Nee Die tretet ja in ihrem dünnen Anzug auf, deswegen ist das ab 12 Weil die ihren dünnen Anzug an hat Die hat ja normalerweise so eine riesen Rüstung Aber die hat ihren dünnen Anzug an und man sieht übelst ihre Titten und so Und deswegen ist das ab 12 und nicht, weil es irgendwie Gewalt ist Es wäre die nicht dabei, wäre es ab 6 Leune Wir sind nicht erst in der Mitte Wir sind nicht erst in der Mitte Egal, wir werden aber unser Wetter besser betenken Einer, die sich will noch mit uns fahren Die auch Gestern warst irgendwie weg Äh, ja, weil ihr die ganze Zeit gezockt habt, da hab ich gedacht Und da wollte ich mal filmwertig gucken Nein, der Klopfer war Eisen, es ist meins Das ist, okay, es sind Ich brauch sowieso nur noch zwei Äh, ich glaube, ich glaube, dass wir die heute auch hoch Also, ich will abends mal wieder ein Video hoch Oh Gott, ja gut Ich bin gerade runtergefallen Nicht mit Absicht Ich hatte keine Blöcke mehr Oh, ich freu mich uns Ey, Max, am besten machen wir es dann, wenn wir anfangen, dass wir erst ein bisschen so, äh Du weißt nicht, so Dings zocken Äh, vier, 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 alle gegen alle kämpfen, damit wir ein bisschen reinkommen, weißt du? Ja, ja, das müssen wir auf jeden Fall Und wir müssen, wir müssen eine Nacht wahrscheinlich, damit wir überhaupt so weit kommen Wir müssen jedenfalls einmal die komplette Hälfte Weil ich kann mir einfach vorstellen, dass es Wir müssen jedenfalls den ersten Tag, wenn du zu mir kommst Müssen wir auf jeden Fall den ersten Boss schaffen Wenn wir das nicht schaffen, das müssen wir dann so lange machen, bis wir es geschafft haben Ja, wir zocken die Nacht erstmal durch Okay, ich hoffe ja, okay Wir dürfen aber nur jede zweite Nacht durchzocken Weil sonst endet schlimm Körperlich Das nicht gesund für den Körper und das Sind ja nur neun Tage Oh nein, wir sind voll in Gott Oh Gott, ja Also muss ihr den blauen sehen, der wurde runtergekickt von einem Typen, der noch nicht mal noch wechselt hat Max, Max, wir sind Game, Max, wir sind Game und es ist das Okay Ja, wir sind Game Ja, wie schaffen das? Du weißt nicht, weißt du, ich hab auf meiner Wii angepasst, meiner Wii hab ich schon mal 40 Stunden und gezogen, als ich sieben oder acht war Ich hab das mit von dem Geld glaubt Ich hab das mit von dem Geld glaubt Der ist so gut, der Junge Das war so knapp Ich hab mich hochgebaut, Täuschungsversuch Wollte mich eigentlich zum Helikopter bauen, aber da hab ich mir gedacht Oh, und doch Gerade soll ich runterspringen? Die entdecken mich sowieso nicht und das hat wirklich funktioniert Wollten gerade ihr Bett zu bauen Kommt da gerade einer, da kommt gerade einer Hinter euch, hinter euch Ja, hinter euch Ich sterbe mit dem Thron, ich will nicht sterben Hab und geh Oh, ii, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, bitte Nein, jetzt geht ihr wieder nach ein, was ihr vollidiot, geh doch raus Warte, ich hab ne Picke Warte, ich hab ne Picke Ich hab ne Picke Achso, brauchst du nicht? Okay, Digga, die Taktik ist am Start Hast du auch oben schon zugebaut? Ja, klar Das hältst du von mir Ich bringe mich mal kurz um, weil ich hab keinen Bock, das Essen zu kaufen Ich seite hier 19 Bronze, das liegt fast nicht Boah, ich freu mich so, Alter, wir zocken immer Ne, boah, wir schaffen, dass wir sind gelber, Alter Ach nee, da kommt ein Full-Equipter-Gelber zu uns Ich war heut beim Zahnarzt und deswegen, wenn ich heut ein bisschen mehr Raid schon dann weiß, warum Zwei Gelber und Full-Equipter kommt gerade zu uns Vor allem Am Mai, im Mai, muss ich so ne Komplettes rauschneiden Okay, das muss ich alles rauschneiden Nichts Ja gut, was hat mir gerade geredet? Ich hab den Faden verloren Ich hab's auch vergessen Das war du mal eigentlich Oh, ich freut mich so, dass ich endlich wieder Minecraft spielen kann Ach ja, das ist ein Problem, grün zeigt gerade Gold Ja, okay, dann safe mir auch, gott Und wenn du einen Bogen hast, dann ist vorbei Dann, dann traut sich, dann traut sich nie In dieser Runde traut sich dann nie, man spielt Gold zu safe gegen sich Oh Gott, erst recht, wenn ich 13 Bogen hab, dann ist es vorbei Ey, weißt du, weißt du, gestern hatte ich ja noch diese Legs, ne? Hab ich dir ja schon erzählt, dann hab ich sogar noch eine Runde gewonnen mit den Legs Ja, ja, hast du mir schon Weil, und dann wurde ich beleidigt, als Spam und der hätte Aufnahmen und der würde mich bannen, weil ich drei Pfeile geschossen hab Spam, also, dann wär ich schon längst gebannen Ja, das hast du in dem Moment auch gesagt Okay, ich geh, ah, der Kröne, der ist da chillen Ich geh mal versuchen zu töten Ja, ja, der ist, der ist so schlecht Der ist so schlecht Der hat nicht gecheckt, dass ich ihn angegriffen habe Okay, Koppelbreinspringen stark, Junge So will ich das sehen Pass auf, da kommt noch einer Noch ein Vollequipter Wo? Da ist der Kröne, den müsste ich bekommen Oh, der Kröne wird auch von der Seite angegriffen Oh Gott, ich hab den einen, den runtergeschlagen Und der Gelbe Okay, der Kröne ist tot Pass auf, hinter dir, hinter dir, hinter dir Oh, fuck Hat er dich? Ja, okay, der kriegt mich, ja Ja, aber der ist low, den gibt es dir Nein, ich hab auch low, weil ich hab ihn runtergeschlagen Schade Fuck, er hat mich Hm, brauchst du ein Eisen? Wippe, wippe, wippe Oh Gott, ich dachte, ist dein Gegner hier Ah, ganz gut Dann hab ich ein Schwert Okay, ich brauch wirklich Gold Sonst kommen wir hier nicht weiter Ich bin hier Ich bin eigentlich auch Muss man sagen, nicht so ziemlich Ich geb dir ja eigentlich immer das Wenn ich Gold habe und du noch keins Dann geb ich dir das immer Ich bin auch Juden gebogen Du auch, aber Ich bin leider besser, muss ich zugeben Ja, ist wirklich so Ja, er ist besser Ich bin um Längen besser als im Bogen Also im Bogen jedenfalls Um Längen nicht, im Bogen bin ich eigentlich auch ziemlich gut Also um Längen nicht, aber du bist da auf jeden Fall Achtung Pass auf, der gelbe wird sich hoch Ja Ich baue mich zum Helikopter, zum Haus da hoch Nein, ich bin runtergefallen Nein, ich bin runtergefallen Egal, das hätte ich jetzt Gold Ach, der kommt mir hinterher aus entspacken Oh Gott, hab ihn Oh, der ist nicht gut Okay, ich glaube hier Ach Ey, du weißt gar nicht, wie oft ich Weißt du Guck mal, wenn ich dein Video sehe Wie du manchmal nicht triffst Der, der treffe ich meistens Solche Treffer Oh, der kommt gerade zu uns Gelber ohne Crypt Ja, kannst gerne gehen Mir kümmert das gar nicht Also, solange ich Bogen habe Ist alles gut Oh, ah, von hinten Nein, ich bin tot Ich hatte gerade Bogen Also nicht Sprung Aber ich hatte genug Gold frei Oh Gott, ich habe keine Blöcke mehr Toll Das wird nicht Jude enden Das wird nicht Jude enden Ja, miau, 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 miau Ich habe so wenig Große Oh fuck, oh fuck Oh fuck Oh fuck Geh nach oben Da ist ein Gelber Der ist zwar ohne Crypt Aber Er könnte unser Bett bekommen Indem er Fuck Ich habe es nicht geschafft Wo ist der? Der ist oben Weißt du auch Soll ich mich reinbauen? Ja, ja, bau dich rein Du musst dich da schnell reinbauen Scheiße, wenig Speicherplatz wird mir angezeigt Schnell, 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 schnell Wo ist der? Der ist drinnen schon wahrscheinlich Ich weiß es nicht Der kommt von oben Ich habe jedenfalls einer oben gesehen Ich weiß jetzt nicht Wo ist der rechts oder links? Ich weiß es nicht Ich konnte es nicht genau sehen Ich bleibe hier beim Vordereingang Damit ich halbwegs was beschützen kann Vor dem Vordereingang Ich baue dich da wieder ein Damit wir hier halbwegs sicher sind Hier ist niemand bis jetzt Bleib mal lieber da Na, geht meiner Ja, ich habe Ja, damit du sicher bist Damit hier nicht noch einer hinkommen kann Ich weiß, dass da oben einer war Da war Da war Oh, rechts oder links? Der kommt gerade einer Aber den kriege ich Den kriege ich Rechts oder links? Wo war der? Rechts oder links? Oh Gott Max? Äh, der war oben Ich glaube eher rechts Ich habe die Tentenz zu rechts Also Von mir aus gesehen jetzt gerade links Aber Also ich kann jetzt nicht sagen Von welcher Seite du aus siehst Easy gekillt Ich bin jetzt gerade hier draußen Warte, wo bist du? Ja, da habe ich ihn gesehen Genau da Also jedenfalls habe ich ihn auf dem Dach gesehen Da Nein, ich bin runtergefallen komplett Mit Fullyquill Oh Gott Oh Gott, das war eine Das war eine Okay, ich kann mir Fullyquipped und versuche mir ein bisschen Gold zu safen Ja, ich geh mal auf dem Team raus Dann komme ich mir deswegen jetzt kein Losbanzer, sondern eine gute Picke, damit ich deren Bet schnell Und das ist das Bett von Team Grün, weil die Grün haben schon Gold gesafed Lass da noch ein bisschen Mario Kart Play Ach so, Grün hat kein Bett mehr Dann würde ich lieber auf Gelb gehen Ja, mach ich ja Ey, äh, lass da ein bisschen auch Mario Kart Play Das würde ich da auch mit Aha, der konnte spams Das kann ich mir mal gut vorstellen Okay Wo ist der in der Mitte? Ist der in der Mitte? Ja Ja, Grün und ist nicht Ich versuche ihn zu kriegen, aber das kann eine Weile lang dauern Ich komme von hinten Du kommst von hinten hast du gesagt Hab ihn Und da kommt ein Gelber zu uns mit Boden Ja, ich habe gedacht, du meinst den, dass du den von dem hinten kommst Ich komme auch von hinten bei dem Achtung, der ist da Ja, warte, warte, ich benutze die gleiche Technik, die ich immer benutze Das ist okay Die Technik ist wirklich okay, oder? Das ist fast nicht mehr schön Das ist, das ist so Ich glaube, die Gegner, die zerschlagen ihren PC, wenn sie das sehen, Alter Aber die Taktik ist super gut Also Leute, ich empfehle es euch Nein, nein Das ist Abfall, wenn die das bei uns machen Ja, gut, scheiße Aber Macht sie nicht Das ist ein Geheimnis Okay, deswegen, dann wissen wir jetzt immer, welche Taktik Jetzt muss ich rauschneiden Ja, äh Welcher Taktik? Nein, das soll sich drin Aber das funktioniert fast bei jedem Fast bei jedem Und diesmal ohne Knockback-Stick Normalerweise mache ich das mit Knockback-Stick LOL, wie geil, bitte Bitte gib mir den Kill Der Grüne da? Bitte gerade Und du bist so ein geiler Kill, ich hab den von hinten gekillt Ach du warst der, der ihn getötet hat? Achtung Ja Achtung, Max Da oben Ist mir jemand bei uns daheim? Keine Ahnung Nö, und da kommt noch nichts Ich hab keine Plöcke Ja gut Äh, magst du nicht sterben? Ich lass mich mal Komm her Ja, äh, schaffst du das? Äh, ich lass mich grad sterben und bin tot Das wusste ja Ah ne, wir sind daheim Trotzdem scheiße Okay, geil Der bekommt höchstenscheinlich Äh, zieh mich nah ran Der kommt nah dran, aber Ja Wir haben ja unser Dicht, dass ihr unser Bett bekommt Ich versuche mir Gold zu safen Wir sehen uns dann, also Dann geh ich nach Hause Ich geh mir fully cool Ja, geht der durch Ich komm von unten angesprungen Ja, ne, den müssten wir bekommen Ja, das ist nicht safe Ja, das war mir klar Ihr kriegt den schon Der ist von der Quip und steht in uns rauf What the fuck? Bitte hilf mir Ja, ich geh betont, Dankeschön Ja, ich komm gerade nach Hause Ist gerade ein Full Equip da bei uns? Nein, da ist kein Full Equip da Ja, toll Die ganze ist, Achtung Da kommt einer, aber der ist unequipst Ja, pfff Wie viel Gold hast du? Zehn Ach, denn da unten ist jemand Aber der hat kein Schwert, also Aber trotzdem Hä? Wieso geht mein Team nicht mehr Ja, Mann, jetzt geht meine KD wieder sterben Ich war kurz vor einer 2er KD, aber nein Minecraft hat natürlich nicht Mitleid mit mir Ja Oder warte, ich geh zu blau Warum geh ich zu gelb Zu meiner Base? Unnötig Ich geh zu blau, ganz ehrlich Da gönne ich mir Full Equip Ey, ich spiel ein bisschen One on One, weil du Ich kann dich eigentlich rausziehen, du bist ja Ja Aber lass mich dann noch den Kampf fertig machen, wenn ich Ja, klar Ich gönne mir jetzt Full Equip und werde die alle so boost werden Ich werd dich rächen Ja So nervt Vor allem Ja, der ist die ganze Zeit mit dem Knockback Stick gekämpft Deswegen bin ich nicht weggerannt, weil ich dachte, der hat nur noch Okay, er will Bogenkampf Drei Drei Was, Hacker? Nö, nein Nein Ey, die Taktik hat schon wieder funktioniert Was ist denn der Arschloch? Die Taktik hat schon wieder funktioniert Oh mein Gott, war das ein blöd, auch Hurensohn Weißt du, bei mir hat schon wieder diese Taktik funktioniert Okay, jetzt kann ich mir Full Equip und dann gehe ich in die Mitte Ich hab dann wohl ein bisschen im Bordpauder hol ich mir Bogenlevel 2 Drei Hey, ich hab, ich hab mein Gegner als er mich, obwohl er ist die ganze Zeit mit dem Schutzwand baut Und ich nicht Okay, jetzt gehe ich in die Mitte Gott, was ist mit dir los? Ja, was ist die ganze Zeit? Ja, was leckt halt, ne? Ja, ist klar, ja, ist klar Drei Und du this much, brauch ich auch Easy Ah, er hat überlebt Fuck 13er Punkt in Kommen Möch, siehe um er ist nicht so schlecht die sie geht okay es läuft nicht ganz gut muss wirklich sagen hat aber auch immer die Stoff locker ich hab 22 Gold noch ein grüner lebt sich fort mich jetzt nach Hause 13 ab und in kommen soll ich dazu schon jetzt gleich ein bisschen Strenkel ab 20 Blöcken Alter Max manchmal frage ich mich wie dumm Leute sein können ich bin da und da ist ein sauhart Vollequipter der so pegel kann und dann denkt man sich ja lass mal den besseren Vollequipter killen damit der tot ist anstatt den Vollequipter anzugreifen der fast tot ist greift der mich an so dass der Vollequipter mich tötet auf einem Herz war und dann wieder voll wird und ähm dann uns beide Kills okay Dummheit von dem Typen nicht von dir stirbt doch ja ich glaub mir halt den Killer das ist klar das hast du schon gar nicht gehen er hat die Händigkeit steht auch dann es ist ja nicht so als dass die ganz großteams Verboten er ist die Verboten in Gang gehen es gibt verschiedene 0 wenn alle Hecken und dann stecken das ist wenn alle nur Scheißdreck machten und falls es erst die kann treffen okay jetzt legt man eine Maus auf wenn ich nicht unmöglich wenn man nur respektlich ja ja ich brauche es denn mit dem ja ja da oben ist ein Gelber der bereitet mir Sorgen oh fuck ich hab mir vergessen ach nee ich bin so dumm ich hab mir vergessen der letzte Grüne der letzte Grüne hat sich so ungefähr der ist auf Höhe warte ich kann gucken ähm der ist auf Höhe 216 das heißt der hat sich 216 Blöcke hochgesteckt easy Treffer der Grüne hat sich 116 Blöcke hochgesteckt und der Gelbe geht grad zu dem und der hat keine okay okay aber der Gelbe geht zu dem das heißt es ist grad nur ein Gelber zu Hause hast du den einen Gelben grad getötet ja ja das heißt es ist nur ah nee zwei Gelbe oder nee aber ich brauche das Eisenschwert es ist nur ein Gelber an der Basis und der kämpft grad du kriegst den so easy renn rüber schnell jaja ich gönn mir noch kurz das Gold hier damit das niemand mehr kriegt okay dann geh ich rüber schnell aber der stirbt zum Glück hab ich Copwebs und alles mit dabei die bekriegen sich grad ich würde mich beilen ja ich komme ich beile mich auch ja die kriegen sich schon gleich gegenseitig kriegst du die ich krieg den einen ich bin schon auf ihrer Base ich bin schon auf ihrer Base ich will mich dass der nicht runterschlägt hast du Rettungsformen nicht springen ja hab ich ja okay dann renn rein er ist vorne jetzt ich weiß setz ihn mal in den Spawn ja der andere ist auch gestorben ist das so beide easy der letzte Grüne hat sich suizidiert das heißt er hat gewonnen das heißt du wirst die Runde wahrscheinlich auf Bruchladen oh Gott ja easy win easy life die die vierer KC Ups das Wasser mit dem ich hoffe es hat euch gefallen wie er diese Runde gerockt habe also gerockt aber mega trotz Tschüss